Wir packen Umami auf den Teller. Von Garnelen über Zitronen, Buttermilch und Kräuteröl, Salz, rosa Pfeffer, Chiliöl und zum Schluss The Botanist. Ein Gin mit White Leaves Foraged Botanicals. Und dazu machen wir ein Gimlet mit Verjus. Durch die elegante Säure passt er wunderbar zu den Garnelen. Untertitelung. BR 2018